Jo Freunde, herzlich willkommen zur jetzt schon 405. Folge vom Deadyshop, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop vorstelle. So natürlich auch den heutigen Shop, der updatet sich schon in zwei Sekunden. Also schauen wir mal, was heute so reinkommt. Let's go! Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht ja traurig aus. Und wir haben einfach immer noch dieses dumme John Wickset drin. Also versteht mich nicht falsch, ich finde diesen John Wickset ziemlich cool. Aber, Alter, wie viele Tage in Folge soll ich dir denn noch vorstellen? Ich hoffe, mal morgen kommt was Neues raus, was Besseres raus. Deswegen, falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr hier das morgen nicht verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal jetzt hier mit dem Rack-Skin an. Eigentlich ein ziemlich cooler Skin. Ich finde, das ist so einer der ikonischsten Skins von Fortnite. Also wenn ich an Fortnite denke, ist das einer der wenigen Skins, an die ich da sofort denken muss. Genauso auch die Dino-Kommando-Frau, also die weibliche Variante davon. Dazu gibt es noch diesen kräftigen Biss, die Hacke, die ich ziemlich überteuert finde. Also für den Preis kann die relativ wenig. Und dann noch als letztes der Pterodactylus, der Gleiter für 1200 V-Bucks. Schon noch nicht ganz cool aus, aber insgesamt ein ziemlich teures Set. Also da muss man schon ordentlich V-Bucks auf den Tisch legen. Als nächstes haben wir dann die Expertin drin, wo ich den Backpack eigentlich ganz cool finde. Dieser schön dünne Laptop mit dem Lama-Logo drauf. Ja, Skin finde ich jetzt nicht so krass. Was auch die Hacke dazu finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Hacke-Matic-HSC. Und als letztes haben wir dann noch das Papierflugzeug. Einer der besten Gleiter, die es in Fortnite gibt. Wirklich, Leute. Kann ich absolut empfehlen. Schaut mega cool aus. Eine der wenigen Sachen, die ich euch heute im Shop wirklich hier ans Herz sehen kann. Dann haben wir noch immer noch das gesamte John Wicks hier drin. Einmal der John Wicks selber, dann der Hammer, dann die Lackierung. Zack, 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 zack. Ja, hier alles gesehen. Ich habe es euch jetzt 5, 6, 7, 8 Tage in Folge vorgestellt. Reicht jetzt auch mal. Ich frage mich echt, wie lange das noch drin bleiben wird, hier die beiden Emotes. Ich hoffe mal, das kommt jetzt endlich raus, weil, Leute, es war wirklich genug. Ich feiere den John Wicks-Skin, aber ich will jetzt mal was cooles Neues in den Shop bekommen. Vielleicht gibt es ja morgen was Neues. Deswegen, wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst unbedingt ein Abo da. Vielleicht bekommen wir morgen irgendwas Neues in den Shop rein. Ich werde es euch natürlich vorstellen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt hier ein Abo da lassen und auch gerne die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr morgens mal eine Nachricht auf euer Handy zum Beispiel, was halt Neues im Shop drin ist. Also, es lohnt sich wirklich hier auf dem Kanal die Glocke einzuschalten, wenn ihr das morgen nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr seid gestern vollkommen eskaliert. Ich dachte ja schon, dass ihr davor eskaliert seid, aber gestern habt ihr einfach die 7000 Likes geknackt. Was zur Hölle. Ich weiß schon, ob wir das noch weiter überbieten können. Dann der Quoxia-Heli. Schaut ziemlich crazy aus. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, aber wirklich empfehlen würde ich ihn jetzt trotzdem nicht. Dann mal wieder nach langer Zeit der Scherbenfettwebel. Eigentlich ein ganz lustiger Skin mit diesem Cowboyhut. Dann der unendliche Dab. Ja, ein ziemlich cool Emote kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie auch Disco Party. Ja, eine ziemlich coole Musik. Beide kann ich auf jeden Fall empfehlen. Heute, ich glaube, das ist sogar ziemlich das Beste, was heute drin ist. Und dann haben wir noch die Goldgräberhacke für 800 V-Bags mit diesem Sound. Ja, dieses goldene Design gefällt mir richtig gut. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass es eher eine Spitzhacke als mehr so Schaufel-ähnlich ist, aber trotzdem schön dünn und spielt sich ziemlich gut. Und im letzten Slot dann noch die Sonnenblume. Ein recht preiswerter Skin für 8 V-Bags. Schaut eigentlich ganz cool die Seite aus. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid und ihr hier nichts Neues mehr im Fortnite-Shop verpassen wollt, morgen kommt vielleicht dann was Neues rein. Hoffentlich, ich werde es euch auf jeden Fall vorstellen. Also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und gerne auch die Glocke aktivieren. Es lohnt sich wirklich hier auf dem Kanal die Glocke einzuschalten. Ähm, da kommt morgen immer eine Nachricht, was so Neues im Shop drin ist. Es lohnt sich also wirklich hier den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jo, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir hören uns dann spätestens morgen wieder. Bis dann. Macht's gut und rein. Tschüss.